Schock für den FC Bayern München. Trainer Julian Nagelsmann, 34, ist trotz vollständigen Impfschutzes positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das hat der Rekordmeister am Donnerstagvormittag bekannt gegeben. Er wird getrennt von der Mannschaft mit einem Ambulanzflieger nach München zurückkehren und sich dort in häusliche Isolation begeben. So die Bayern weiter. Nagelsmann fehlte im Champions League Spiel bei Benfica Lissabon. Bereits am Dienstag war er leicht erkältet nach Lissabon gereist. Am Spieltag entschied sich der Bayern-Trainer schließlich, auf seinem Hotelzimmer zu bleiben. Sport-Vorstand Hassan Salihamidzik, 44, hatte bei Dazon erklärt, er hat einen grippalen Effekt. Er hat sich nicht so gefühlt, dass er zum Spiel kommt. Daher werden ihn seine Kollegen ersetzen. Sein Assistent Dino Topmöller, 40, vertrat ihn zusammen mit Xaver Zembrod, 55, und Analyst Benjamin Glück, 35.